Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht wusste, dass überhaupt was kommt und Albert hat das damals öffentlich gemacht und dann kamen auf einmal ganz viele E-Mails bei mir im Postfach an, ob ich mit ihm unter einer Decke stecken würde, ob ich mich selbst verkaufe mit irgendeinem Fonds und ich wusste gar nicht, worum es ging. Es gibt da eben auch viele schlechte. Es gibt Leute, die mit Maske aus Dubai irgendwelche Scheiße verkaufen und da sehe ich das dann kritisch und TikTok ist halt auch schwierig, aber auch da gibt es gute Formate. Jetzt habe ich mit TikTok überhaupt nichts am Hut und jetzt sind es eben nicht mehr nur die Banken oder Versicherungen, die einem überteuerte Low-Performance-Produkte andrehen, sondern eben auch Blogger, Instagramer, YouTuber oder seit vergangenem Jahr eben auch verstärkt die Börsenmedien. Du musst halt tatsächlich auch bedenken, wenn du komplett ohne Affiliate-Links arbeitest, dann verdienst du halt nur noch selten Geld. Wenn du Angst über die Thumbnails verbreitest, dann erzeugst du einen Klickreiz. Bei mir heute zu Gast der Daniel Kort, der Finanzrocker, gut bekannt. Man kennt ihn seit Jahren. Ich habe nachgelesen, seit 2015 betreibt er seinen Blog und seinen Podcast. Er ist damit ja ein Dinosaurier der Finfluencer-Szene, einer der ersten, der überhaupt damit angefangen hat und das ganze Thema Finanzen so ein bisschen in die Breite getragen hat, was ich super finde. Nachgelesen habe ich auch, dass er schon 250 Blogartikel geschrieben hat, 330 Podcast-Episoden aufgenommen hat. Also wenn ich was Falsches sage, kannst du gerne gleich korrigieren. Und dann dachte ich mir, okay, das habe ich alles selbst recherchiert, aber es gibt doch vielleicht die Möglichkeit, über ChatGPT noch so ein paar Informationen über ihn herauszufinden. Da habe ich mal gefragt, ChatGPT, wer ist der Finanzrocker? Und ich bekam eine Antwort und ich darf es mal kurz vorlesen. Der Finanzrocker ist ein Pseudonym für Daniel Kort, einen deutschen Finanzblogger, Podcaster und Buchautor. Am Ende schreibt er dann noch hier, er hat auch mehrere Bücher zu verschiedenen finanziellen Themen veröffentlicht, darunter cool bleiben und Dividenden kassieren und souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Daniel, das wusste ich noch gar nicht von dir. Also herzlichen Glückwunsch für diese tolle Bücher und herzlich willkommen bei Investiert in Wissen. Herzlichen Dank für die Einladung, Thomas. Und es freut mich natürlich, dass ich zwei absolute Bestseller geschrieben haben soll, aber die stammen in Wahrheit von Christian Röhl und von Dr. Gerd Kommer. Und das sind auch zwei meiner Lieblingsbücher, aber da sieht man halt, künstliche Intelligenz ist nicht alles und man sollte der Nichtvertrauen blind. Ja, kommt gelegentlich an ihre Grenzen. Also da bitte korrigieren ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag. Ist mir auch gleich aufgefallen, die Bücher kamen ja auch direkt bekannt vor, aber ich habe sie jetzt nicht direkt mit dir in Verbindung gebracht, obwohl du ja auch Bücher geschrieben hast. So ist ja nicht, nur eben nicht diese. Genau, ich habe zwei Bücher geschrieben, die sich mit meinem Hauptthema beschäftigen, nämlich Finanzen und Rockmusik. Und einmal die Geschichte von mir vom Finanznix-Blicker zum Finanzblogger und das Zweite, das ist dann so ein sogenannter Bildungsroman für Finanzen. Da geht es um einen Gitarristen, der ja praktisch die volle Bandbreite an Finanzthemen für sich entdeckt und ein Vermögen aufbaut. Aber Respekt auf jeden Fall schon mal dann für jetzt die Bücher, die du schon geschrieben hast. Das kostet ja auch alles viel Zeit. Ich verlinke dir natürlich die Bücher. Und ja, und auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass du jetzt bei mir auf dem Kanal bist. Du hast mich ja damals schon eingeladen zu dir auf den Kanal und ich bin ja totaler Nobody in dieser Szene. Also kein Mensch hat mich gekannt. Du hast mir da schon geholfen auch nochmal, da mein Bekanntheitsgrad gerade auf YouTube gab da nochmal einen richtigen Schub. Und ich habe auch gesehen, du hast ganz tolle Leute in der Community. Also man könnte fast sagen, zeig mir deine Community und ich sage dir, wer du bist. Weil viele, habe ich gemerkt, die dann mich gefunden haben, haben dann gesagt, ja, sie haben mich gefunden über den Podcast, den ich bei dir da aufnehmen durfte. Und dann, da bin ich also bis heute sehr dankbar, dass die Leute, die total nett sind, dann auch mich gefunden haben durch dich. Und anders geht es ja auch nicht in der Wahrnehmung, dass man da irgendwo auch gesehen wird. Ja, das freut mich auch. Und das ist ja auch wichtig. Ich meine, ich habe dir ja damals im Podcast versprochen, dass ich komme zu dir auf deinen YouTube-Kanal. Und das haben wir jetzt ja auch eingelöst. Und normalerweise mache ich jetzt gar nichts mehr nebenbei, außer meinen Podcast und vielleicht ein paar Videos. Aber das Versprechen halte ich auch sehr gerne ein, dass ich zu dir komme. Das freut mich sehr. Ich habe auch gedacht, ich muss ihn direkt fragen, dass ich ihn da direkt irgendwo vielleicht in die Pflicht nehmen kann. Ja, aber ich habe tolle Fragen vorbereitet und würde sagen, wir starten mal durch, dass wir da auch alle Fragen auch beantworten können. Vielleicht mal zunächst, was auch viele bestimmt interessiert. Du hast ja jetzt nochmal angefangen, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Vorher warst du ja praktisch hauptberuflich Podcaster, YouTuber. Die Frage, was genau machst du da und wie fühlt sich so das neue Leben an? Ja, ich mache eigentlich das, was ich vorher lange Jahre gemacht habe. Ich arbeite jetzt wieder als Online-Marketing-Manager und zwar in der Immobilienbranche jetzt, die momentan natürlich auch mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und das ist für mich ein neuer Bereich. Ich war vorher bei der Technischen Hochschule hier in Lübeck, habe dort Online-Marketing gemacht und jetzt bin ich in der Immobilienbranche, was komplett Neues. Dazwischen war ich dann selbstständig. Und für mich ist das ein sehr interessanter Bereich, wo ich viel lernen kann. Das ist mir enorm wichtig, das sogenannte Humankapital, weil nichts ist schlimmer, als wenn du immer das Gleiche machst und nichts dazu lernst. Und ich habe jetzt in der vergangenen Woche ein großes Online-Projekt online gestellt, was ich mitkonzeptioniert und umgesetzt habe. Und ich fühle mich auch nach wie vor wohl mit meiner Entscheidung. Aber das neue Leben ist tatsächlich definitiv anders als vorher in der Selbstständigkeit. Und genau das war aber der Grund, warum ich damit aufgehört habe, jetzt selbstständig nur noch Finanz-Influencer, Finfluencer oder Blogger zu sein. Sondern ich wollte halt raus, ich wollte Kontakt zu Menschen aus Fleisch und Blut und mit denen halt auch einen Kaffee dann zusammen trinken und nicht nur am Bildschirm hocken. Und das allein zu Hause arbeiten ist mir einfach auf den Keks gegangen. Jetzt bin ich völlig flexibel, kann sagen, ich fahre ins Büro oder ich arbeite von zu Hause. Das macht es natürlich auch nochmal einfacher. Und ja, ich habe viele nette Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Und das freut mich enorm. Und ich mache nebenberuflich ja immer noch den Finanzrocker-Podcast und mehr Mut zum Glück. Und ein paar Videos, wenn auch seltener als vorher, weil das ist schon ein Aufwand, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast und dann nebenbei noch qualitativ hochwertige Interviews machen musst. Und das habe ich vergangene Woche gemerkt, wenn du dann nach der Arbeit um halb sechs, sechs nach Hause kommst und du hast um acht noch ein Interview, dann bist du irgendwann durch. Und deswegen versuche ich, das stark zu reduzieren. Okay. Naja, es ist ja jetzt auch so, dass man vielleicht mit weniger Druck das Ganze auch weiterhin entspannter machen kann. Und wir sind ja auch alle froh, dass du weiterhin diese hohe Qualität auch weiterhin ablieferst in dem Bereich. Und die Community wäre auch sehr enttäuscht, wenn da nichts mehr käme. Und von daher ist es schön, dass das so Hand in Hand geht. Und vielleicht auch deine Bekanntheit, die du ja hast, auch in dem Job ja nochmal von Vorteil für dich. Ja, ich werde es nicht vergessen, als ich das erste Mal in Berlin war und da in der IT und dann habe ich meinen Namen gesagt und dann guckte mich einmal, bist du der Finanzrocker? Und das sind so Geschichten, die habe ich jetzt in den vergangenen Monaten schon häufiger gehabt. Ich persönlich fühle mich da immer so ein bisschen unangenehm, obwohl es eigentlich eine schöne Sache ist. Aber das gehört dazu. Und letztendlich, ich stehe auch dahinter und stehe auch zu den Sachen, die ich gemacht habe. Und von daher war es dann auch eine schöne Bestätigung am Ende. Okay. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum du mich überhaupt gefunden hast. Ich gehe mal davon aus, dass du mich erst dann wahrgenommen hast, als ich da mit dem Albert Warnecke geredet habe zum Thema Demokratik Alpha, weil mich das damals ja auch jetzt ein bisschen überrascht hat, dass er da einen neuen Weg einschlägt. Deswegen würde ich, weil du hast dich da bisher immer sehr zurückgehalten, mal ganz gerne von dir wissen, wie du das Thema mittlerweile siehst, weil er muss es ja dir auch erklärt haben und er ist ja davon überzeugt. Wie siehst du dieses Demokratik Alpha Thema? Na ja, da musst du jetzt erst mal anfangen, wie ich diese Zeit tatsächlich dann auch erlebt habe, als es online gegangen ist. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht wusste, dass überhaupt was kommt. Und Albert hat es damals öffentlich gemacht. Und dann kamen auf einmal ganz viele E-Mails bei mir im Postfach an, ob ich mit ihm unter einer Decke stecken würde, ob ich mich selbst verkaufe mit irgendeinem Fonds. Und ich wusste gar nicht, worum es ging, bis mir dann einer erklärt hat in der E-Mail, was es mit Demokratik Alpha auf sich hat. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und für mich war das, ehrlich gesagt, da gerade in den Anfangstagen, Wochen ziemlich schwierig, anstrengend. Und das hatte ich Albert dann auch gesagt, weil eine Vorwarnung wäre ja ganz nett gewesen. In der Folge gab es dann natürlich auch negative Bewertungen für unsere beiden Podcasts. Albert hatte seinen regelrechten Shitstorm, mit dem er umgehen musste. Und er ist, glaube ich, auch davon überrollt worden. Das hat er ja bei dir auch gesagt. Und für viele von seinen Leserinnen und Lesern war das so eine 180-Grad-Wendung vom ETF-Anhänger zum Demokratik Alpha-Fan, die man nicht nachvollziehen konnte. Und in unseren langjährigen Gesprächen im Podcast hat er ja auch immer wieder gesagt, ein ETF reicht und fertig. Und jetzt auf einmal dieser Wendepunkt, das war schwierig. Aber ich muss tatsächlich sagen, letztendlich ist es ja seine Sache, was er macht und wie er das dann tatsächlich auch umsetzt. Aber dieses Vertrauen, was er bei vielen seiner Anhänger hatte, er hat ja wirklich richtig große Fans, das war dadurch so ein bisschen angeknackst. Und unsere Podcasts wurden danach dann auch negativer kommentiert als vorher. Und jetzt muss ich halt sagen, für mich persönlich ist so eine 180-Grad-Wendung nichts. Aber Albert ist ja nicht der Einzige, der dafür kritisiert wird und er steht ja auch nach wie vor dahinter. Und mir ist Demokratik Alpha tatsächlich auch lieber als das Verbreiten von Verschwörungsschwurbeleien, um mehr Geld zu verdienen, wie es ja momentan leider Gottes in der Winflenzer Welt auch vorkommt. Und ja, diese Kehrtwende, die ist für Außenstehende halt schwer zu verstehen. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann weiß man schon, was dahinter steckt. Und ich finde, Albert hat es sehr gut bei dir erläutert. Er war ja zweimal bei dir da auch zu Gast. Ich habe mir die Interviews angeschaut. Ich habe mit ihm privat gesprochen. Ich konnte dann Demokratik Alpha auch verstehen. Aber die Geschichte, die geht ja dann nochmal ein bisschen weiter, weil er hatte 2020 das FinCamp in München gemacht. Und dort war ich unter anderem einer der Referenten zum Thema Einzelaktien, aber auch Dr. Norbert Mitwollen war dort mit von der Partie und hat das Thema erklärt und erläutert. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe es nicht verstanden. Ich wusste nicht, worum es ging. Kein gutes Zeichen eigentlich, wenn man investieren wollte, wenn man es nicht versteht. Ja, und das ist ja auch mein Credo, was ich nicht verstehe. Da investiere ich jetzt nicht rein. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, das ist nichts für mich. Und dann habe ich in der Folge aber mit Albert auch nochmal darüber gesprochen, habe es auch mehr verstanden. Und für mich persönlich wäre jetzt Demokratik Alpha nichts, weil ich einfach noch zu jung bin und noch bis zur Rente sehr viel Zeit habe. Aber der Vorteil von dieser Strategie ist ja, dass sie nicht korreliert mit den normalen Börsen. Und wenn ich Vermögenssicherung betreiben möchte und ich gehe jetzt langsam auf die Rente zu und dann kommt so ein Börsensturz und ich möchte nicht mehrere Jahre das aussitzen, dann macht so eine Strategie tatsächlich Sinn. Für mich persönlich mit 43 ist es aber noch nicht sinnvoll. Und Albert hat halt gesagt, er möchte diese Stürze nicht mitmachen und deswegen braucht er irgendetwas anderes. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und wenn ich jetzt in seinem Alter wäre, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber jetzt in meinem Alter ist es für mich persönlich nichts. Und ich finde das jetzt auch nicht verwerflich, Demokratik Alpha. Es ist ein Ansatz, den man fahren kann, wenn man möchte und aus den bekannten Gründen, die ich eben erläutert habe. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht groß weiter damit beschäftigt, weil es für mich momentan nicht in Frage kommt. Also die Komplexität von dem Ganzen, finde ich auch, ist das Problem. Ich habe mir das auch schon mehrfach angehört jetzt und kann immer noch sagen, ich kann es nicht bis ins letzte Detail verstehen. Nein, ich auch nicht. Deswegen ist es für mich letztlich auch keine Option. Und das mit dem Abstürzen im höheren Alter ist klar, sollte man eher vermeiden. Deswegen geht es ja auch eher darum, die Frage sich zu stellen, mit welchem Teil meines Vermögens kann ich vielleicht in welchen Bereich investieren. Und bei Aktien ist es nun mal so, man braucht einfach ein bisschen Zeit. Und deswegen ist die Struktur, die Vermögensstruktur, gerade im höheren Alter eine ganz wichtige Sache. Und ja, um das zu lösen, gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Einer davon ist eben das Demokratik-Alpha-Thema. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht länger drüber sprechen. Aber es war auch mal interessant zu hören, wie du das wahrgenommen hast. Und ich glaube auch, er hat es unterschätzt, was da gekommen ist. Und war ja wirklich in der Szene jetzt, war es auf jeden Fall große Aufregung. Wie kann jetzt plötzlich da einer so krass seine Strategie wechseln? Und das haben viele, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz nachvollziehen können. Ja, okay, aber zum Thema Finanzen. Finfluencer, das ist ja jetzt was, was immer mehr jetzt auch diskutiert wird. Und du bist ja, wie gesagt, einer, der von Anfang an dabei war, ein Pionier in dem Bereich. Und ja, wie siehst du die Finfluencer-Szene, die auch immer größer wird? Ist die jetzt in Summe eher nützlich oder würdest du sagen, die ist am Ende doch eher auch jetzt an vielen Stellen gefährlich geworden für den Konsumenten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also generell ist es ja so, dass der Markt vor allem auch durch Corona tatsächlich explodiert ist. Und für viele unbedarfte Neuanleger ist es 2023 extrem schwer, zwischen guten und schlechten Inhalten zu unterscheiden. Und wenn ich ehrlich bin, dann gab es noch nie so viele Abzockereien und Investmentpornografie wie heute. Und jetzt sind es eben nicht mehr nur die Banken oder Versicherungen, die einem überteuerte Low-Performance-Produkte andrehen, sondern eben auch Blogger, Instagramer, YouTuber oder seit vergangenem Jahr eben auch verstärkt die Börsenmedien. Die meisten stammen jetzt nach dem Zusammenschluss vom Finanzenverlag und der Börsenmedien AG aus einem Haus. Und jetzt steht überall dasselbe drin in sechs Magazinen, aber garniert mit irgendwelchen Branchenzertifikaten, die man da kaufen kann oder Underperformance-Wikifolios, die durch hohe Gebühren für Umsatz sorgen sollen. Und mit dieser Vorgeschichte von Bernd Förtsch, das ist ja der Gründer von diesem Börsenmedienverlag, haben jetzt alle Magazine nun Geschmäckle. Und damit geht es halt schon los und fast alle Artikel sind jetzt markiert, entweder dass der Bernd Förtsch selbst die Aktien hält von dem Artikel oder der Chefredakteur die Aktie dann im Portfolio hat, weil es ja da Anfang des Jahrtausends, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da haben sie Aktien gekauft, haben sie dann im Magazin hochgejubelt, ich meine es war der Aktionär, und haben sie dann verkauft, als sie so nach oben gegangen ist und da gab es dann auch Gerichtsverhandlungen. Da gibt es ja auch Gesetze, oder? Und das sehe ich tatsächlich kritisch. Ja, genau. Und das sehe ich kritisch. Welche Magazine sind das jetzt genau? Also der Aktionär und was noch? Welche Magazine sind das betreffend? Alle Großen, Börse Online ist Finanzenverlag, die Euro, die Euro am Sonntag, das ist Finanzen und dann gibt es ja der Aktionär und dann gibt es da noch so ein jugendlich angehauchtes Aktionärmagazin und dann gibt es noch einen Buchverlag, der dazu gehört und das ist schon eine große Gemengelage. Und das ist jetzt die eine Seite der Geschichte und die andere sind eben die Finfluencer. Wenn du jetzt auf Instagram guckst, wenn du auf YouTube guckst oder bei TikTok, da gibt es unheimlich viel und wenn ich da jetzt unbedarft rangehe, ich habe noch nie mich mit Finanzen auseinandergesetzt, dann ist es extrem schwierig, dazwischen gut und schlecht zu unterscheiden und es gibt eben auch verstärkt schwarze Schafe und da sollte man tatsächlich vorsichtig sein. Am Ende regelt das nach wie vor, wie an der Börse, auch der Markt. Es läuft über Angebot und Nachfrage und wenn es eine Nachfrage jetzt für so ein teures Mentoring-Angebot gibt, wo man außer Money-Mindset und das Investieren in einen ETF jetzt nichts lernt und Leute das kaufen, ist es ja in Ordnung, man muss es ja nicht kaufen. Es gibt heutzutage so viele Infos kostenlos im Netz, aber ich muss mich dann eben auch hinsetzen, mich damit auseinandersetzen und das alleine herausfiltern, dann zahle ich halt nichts und viele wollen das nicht, die zahlen dann lieber Geld, haben einen kürzeren Weg und das finde ich jetzt auch absolut in Ordnung. Aber um nochmal vielleicht auf den Zeitraum der Finfluencer jetzt zu sprechen zu kommen, also seit 2015 mache ich das, seit 2016 habe ich mit dem Finanzvisier und mit dem Veranstaltungsfachmann Henrik, der auch die Finanzvisier-Veranstaltungen macht, wie das Fincamp, habe ich ein Blogger-Treffen etabliert. Das fand insgesamt fünfmal statt und wir hatten immer 20 bis 25 Finfluencer und das waren sehr, sehr wertvolle Wochenenden, wo wir uns einmal im Jahr getroffen haben, wo wir gegenseitig Sachen präsentiert haben, uns ausgetauscht haben. Wer war da jetzt mit dabei? War das so eine ausgewählte Gruppe oder konnte da jeder? Genau, das war eine ausgewählte Gruppe, aber da waren halt alle Großen mit dabei. Also Thomas von Finanzfluss war vom ersten Mal mit dabei, Natascha von Mother Money Penny war dabei, die Beziehungsinvestoren, die Geldfrauen, Finanzvisier und noch viele, viele andere. Und das letzte Mal fand jetzt 2021 statt. Das war auch wirklich ein absolutes Highlight nochmal. Und seitdem ist aber dieser Zusammenhalt auch nicht mehr so da wie vorher. Also die einen sind jetzt besonders stark gewachsen, andere wie ich betreiben das nicht mehr hauptberuflich und dadurch geht die Szene natürlich so ein bisschen auseinander und es gibt einfach viel zu viele. Und da kannst du so eine Veranstaltung ohne monetäre Hintergedanken auch gar nicht mehr machen. Wir wollten das ja nur als Austauschplattform anbieten und deshalb passt so ein Treffen jetzt nicht mehr in die gewachsene Szene. Aber hey, ich meine, ich muss sagen, am Ende, ich konnte die Szene über Jahre mitgestalten, habe tolle Menschen kennenlernen dürfen, viel auch gelernt und jetzt übernehmen andere und das wird unpersönlicher, weil es eben so groß ist. Aber vom Content her gab es, glaube ich, noch nie so viel Finanzcontent wie... Ja, die Masse ist nicht das Problem, wahrscheinlich eher die Qualität oft. Ja, die Qualität ist natürlich ein Problem. Jetzt ist es bei mir so, ich gucke mir das auf Instagram gar nicht an, weil Instagram ist für mich jetzt kein Kanal, wo ich Finanzwissen mit rüberbringe. Es gibt da wirklich tolle Finfluencer, also Lisa von Aktiengram muss ich da immer erwähnen, weil die fällt halt sehr, sehr positiv auf. Es gibt natürlich dann auch noch Finanztipp, die machen das auch super, auch auf Instagram. Und noch viele andere, aber es gibt da eben auch viele schlechte. Es gibt Leute, die mit Maske aus Dubai irgendwelche Scheiße verkaufen und da sehe ich das dann kritisch. Und TikTok ist halt auch schwierig, aber auch da gibt es gute Formate. Jetzt habe ich mit TikTok überhaupt nichts am Hut. Das kannst du halt beurteilen, weil du ja auch mittlerweile ja tief drin bist in der Szene, aber viele andere werden ja da konfrontiert mit Dingen. Also ich kriege es ja auch mit. Ich meine, Instagram spielt einem ja auch laufend Werbung zu, wenn man ein bisschen Interesse hat an Finanzen bekommt, man hat ja auch ganz viel unseriöser Quatsch, also täglich fast schon, irgendeinen Quatsch, wo eben nicht jeder direkt als Quatsch so definieren kann oder identifizieren kann. Ich bekomme nur Quatsch angezeigt in der Werbung. Also nur Mist. Und das sind nur so eine Trading-Dinger und so Geldlernkurse von ach so tollen Millionären, die ganz schnell an der Börse reich geworden sind. Und da schrillen bei mir alle Alarmglocken, wirklich. Ist das auch ein bisschen Grund vielleicht, warum du gesagt hast, ich ziehe mich jetzt etwas mehr zurück vielleicht aus der Szene? Ja gut, das hat ja jetzt direkt damit nichts zu tun. Aber mein Business-Modell, was ich bis letztes Jahr hatte, das hat im vergangenen Jahr und auch durch Corona diverse Probleme bekommen. Also gerade so das Thema Podcast. Ich habe in erster Linie von Podcast-Werbung gelebt. Und das lief auch gut jetzt in den letzten Jahren, aber im letzten Jahr wurde es schon weniger, weil einfach in dem Podcast-Bereich jetzt die großen Verlage eingetreten sind. Und die erreichen sofort eine viel größere Menge an Hörerinnen und Hörern. Und dann buchen die Werbekunden halt nicht mehr bei mir, sondern sie gehen dann zu den großen Verlagen. Und ich musste schon wirklich kämpfen. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt was anderes machen und auch zu Hause raus. Auf der anderen Seite ist es aber so, diese Unpersönlichkeit war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so große Lust, mich tagtäglich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Und der Austausch hat mir auch gefehlt. Und deswegen hatte ich letztes Jahr so einen wunderbaren Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, ja, besser wird es nicht. Wir haben nämlich letztes Jahr diese Finfluencer-Doku von Extra ETF mitgemacht. Da war ich ja einer der Protagonisten neben Dr. Ged Kommer, Thorsten Tiet, Jonathan Neuschler oder Margarete Honisch. Und das war ein absolutes Highlight für mich. Nochmal zum Ende von dieser hauptberuflichen Selbstständigkeit. Und die Doku hat mittlerweile 70.000 Abrufe. Und für mich war das ein guter Punkt, um einen Schritt auch zurückzutreten. Ja, okay. Also was heißt zurückzutreten? Ein bisschen zurückzufahren. Bist du ja noch da als Content Creator. Aber das geht ja total schnell, dass du dann weg bist vom Fenster und nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stehst. Das siehst du auf den sozialen Medien. Wenn du nichts mehr postest, dann ist das halt irrelevant. Und gut, ich muss nicht ständig meine Fresse bei Instagram dann da reinhalten, nur um so ein paar Likes zu bekommen. Letztendlich geht es mir ja auch um Content. Genau, genau. Aber ich glaube, wenn du jetzt gar nichts mehr machen würdest, dann würdest du schon fehlen, weil du hast ja eine gewisse Qualität. Man weiß das halt eben. Und du hebst dich halt auch sehr positiv ab vor diesen ganzen Krawallmachern, sagen wir mal so, die einfach nur darauf aus sind, maximale Aufmerksamkeit in kürzester Zeit zu bekommen mit irgendeiner Irreführung. Aber trotzdem eine Frage. Hast du die Verantwortung gespürt, die du ja auch irgendwo hast? Weil wenn du eine gewisse Community hast und dann hast du vielleicht irgendwie mal was geäußert, du machst jetzt dies oder das oder jenes und man kann davon ausgehen, auch wenn man vielleicht sagt, ich mache das jetzt, aber ihr solltet nicht unbedingt das Gleiche machen. Die machen ja auch viel dann auch nach einfach, weil sie glauben, er weiß mehr. Und dann macht man vielleicht wieder die Aktie oder macht vielleicht jetzt das Projekt und dann folgen einem viele und dann geht es vielleicht schief am Ende. Spürt man diese Verantwortung? Natürlich spürt man die. Ich meine, wenn du ein Gewissen hast, dann solltest du sie auch spüren. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich nirgendwo mein Portfolio abgebildet habe. Denn auch ich mache Fehler und ich musste aus diesen Fehlern lernen. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und in meinem Depotrückblick berichte ich ja auch jedes Jahr über alles, was gut und was schlecht gelaufen ist. Und ich will mich aber nicht dafür rechtfertigen müssen, warum jetzt jemand die Aktien aus meinem Portfolio nachgekauft hat. Und hinterher läuft es nicht. Und dann sagen sie mir, ja, du hast mich abgezockt. Wegen dir habe ich ein paar tausend Euro verloren. Das kann passieren. Das kann passieren und das möchte ich halt nicht. Und deswegen stehe ich auch zu meinen Fehlern. Ich meine, wenn du dir jetzt meine Jahresrückblicke oder Depotrückblicke anhörst, ich habe immer meine Fehler klar erläutert und habe da auch viel Geld mit verloren. Und letztendlich fing ja so Finanzrocker auch an. Ich habe damals in der Bankberatung, habe ich eine fünfstellige Summe verloren, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und das Gleiche blüht jetzt den Leuten, die irgendwelchen Finfluencern hinterher rennen und der Meinung sind, die haben das Wissen gepachtet. Und die berichten jetzt über irgendeine Aktie, die dann gefallen ist. Und da sollte man möglichst schnell rein. Und dann hinterher kommt das böse Erwachen. Und das wollte ich nicht. Und am Ende endet man dann so, wenn man dieses Gewissen halt nicht mehr hat, wie Dirk Müller, der ja bei Mission Money vollmundig in einem Interview erklärt hat, warum er groß auf Wirecard setzt und dass da ja alles mit rechten Dingen abläuft. Und da gab es übrigens mehrere Blogger, die auf Wirecard dann sich fokussiert haben und die immer wieder empfohlen haben. Die haben die in Wikifolios gekauft und hinterher mussten sie sich entschuldigen, weil einige danach gekauft haben und einen hohen Verlust hatten. Und das möchte ich halt nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch jetzt für Krypto-Geschichten oder auch für P2P-Kredite. Denn den Kryptos, den stehe ich nach wie vor skeptisch gegenüber. Ich habe einen ganz, ganz kleinen Krypto-Teil, den will ich auch nicht ausbauen. Und bei den P2P-Krediten, da ist es genauso, weil da habe ich ja für einige Jahre dann auch das mitgemacht. Ich hatte neun Plattformen, die ich bespart habe. Und ich habe immer gesagt, ich investiere mein eigenes Geld und schaue, wie sich das entwickelt und berichte darüber. So, und da habe ich dann auch Affiliate-Links genutzt und habe das auch immer klar gekennzeichnet. Das war mir auch persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und auch dort musste ich Lehrgeld zahlen. Also ich hatte ganz am Anfang über Lendico berichtet. Das war so eine deutsche Plattform. Die ist dann zusammengebrochen. Und da habe ich dann auch einiges an Verlust gemacht. Und Crowdesto war eine andere Plattform, wo das dann so ähnlich war. Aber ich habe sie immer vorgestellt und habe auch die schlechten Seiten da immer wieder betont. Mache ich auch nach wie vor noch. Und ich habe jetzt nicht mehr neun Plattformen, sondern ich habe nur noch zwei. Und ja, hinter beiden stehe ich jetzt noch. Wobei das Thema P2P-Kredite sehe ich halt zunehmend kritisch, weil es jetzt Zinsen gibt. Und die sind eigentlich jetzt nicht mehr so nötig wie vor einigen Jahren, als es noch keine Zinsen gab. Und von daher, man musste auch kritisch sein, weil ich nicht weiß, inwieweit jetzt die Plattformen weiterhin so hohe Zinsen zahlen können. Weil wenn man jetzt ins Baltikum guckt, wo die meisten Plattformen sitzen, die Inflation liegt da bei über 20 Prozent. Und ja, irgendwie ist das dann auch eine Gewissensfrage, wenn du da in Konsumkredite investierst. Und das muss jeder dann für sich selber ausmachen. Ja, na gut, am Ende sind es ja auch immer irgendwie Schrottkredite teilweise. Ja, aber nicht immer. Also es gibt ja auch Plattformen, wo du in Immobilienprojekte investierst. Auch da gibt es viele, die dann in die Hose gegangen sind. Und da habe ich auch vieles ausprobiert. Zum Beispiel bei Estate Guru. Da habe ich 70 bis 80 Kredite investiert. Alle sind wiedergekommen, bis auf einen. Der ist jetzt tatsächlich noch in der, ich glaube, in der Gerichtsverhandlung. Aber ich habe vor zwei Jahren aufgehört, dort zu investieren. Und seitdem hat die Plattform Probleme, die Kredite wieder zu beleben. Und da sind ganz, ganz viele Ausfälle gekommen. Und ich habe meinen Artikel seitdem auch nicht wieder aktualisiert, weil ich einfach jetzt auch nichts mehr dazu sagen kann, weil ich nicht mehr selber davon betroffen bin. Ich weiß nicht mehr, wie die Plattform aussieht. Und dann berichte ich auch nicht drüber. Ja, okay, gut. Alles klar. Aber das ist halt dann Teil dieser Verantwortung, die man halt hat. Man könnte sein, dass dann eben viele einem danach machen und eben das Risiko nicht wirklich verstehen von Anfang an. Und kann man das irgendwie regulieren? Hast du da eine Idee? Ich meine, aus meiner Sicht kommt das mir alles noch sehr nach wilder Westen vor, was da läuft. Da werden Tipps, Empfehlungen ausgesprochen. Und wenn jemand aus der Finanzbranche kommt, so wie ich jetzt zum Beispiel, der weiß, mit Empfehlungen muss man extrem vorsichtig sein. Am Ende muss man ja auch Protokolle schreiben, wenn man jetzt das offiziell macht. Aber hier wird es relativ locker, leicht und flockig, werden da so ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Und dann heißt es vielleicht mal noch so ganz kurz, wenn überhaupt, ja, aber noch kurzer Disclaimer, ihr sollt natürlich eigenes Research machen und so. Aber tatsächlich ist doch jedem klar, das machen viele eben nicht. Die glauben einfach, die Kompetenz ist komplett bei diesem Finfluencer da. Und es reicht, ich spare mir Arbeit, wenn ich ihm einfach das nachmache, was er mir da jetzt suggeriert. Und das, ich meine, alles zu Tode zu regulieren, ist auch nicht die Lösung. Aber meinst du, das wäre vielleicht was, wo man da ein bisschen einschränken sollte oder wird es der Markt regulieren? Nee, ich glaube, du musst da schon so einen Mittelweg finden, weil wenn du das alles regulierst, dann ist die Spontanität weg. Dann hast du letztendlich genau den gleichen Sermon wie in den Banken, wo du dann nichts mehr machen darfst und du musst immer diese seitenlangen Protokolle ausfüllen. Und dann wird es am Ende auch keine Finfluencer mehr geben. Und dann hast du wieder die Situation, dass keiner Bock hat, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Also du musst da schon schauen, dass man da so einen Mittelweg findet. Und gerade bei den Affiliate-Links, da muss man auch darauf achten, ob das dann auch gekennzeichnet ist. Weil viele kennzeichnen ja nach wie vor nicht, dass sie damit Geld verdienen. Und ich glaube, da sollte man dann schon gucken. Das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Mir war es immer wichtig, das klar zu kennzeichnen. Aber gerade bei Instagram und so, da wird halt nichts gekennzeichnet. Es muss ja auch klar sein, dass jemand, der das hauptberuflich macht, der muss ja auch von irgendwas leben. Das ist ja vollkommen klar. Absolut. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, überhaupt irgendwelche Affiliate-Links einzusetzen. Weil ich mir halt denke, es könnte ja, oder es wird auf jeden Fall irgendwo mich beeinflussen, wenn ich irgendwas teste und am Ende auch sage, ja, aber unten ist der Link, wenn er wollt, dann macht er dann, das ist irgendwo, das wird mich auf jeden Fall einschränken in meiner Äußerung. Das heißt, ich meine, ich habe noch nicht die große Verlockung, aber wenn jemand einen großen Kanal hat, natürlich, ist es, glaube ich, in der Finanzwelt schon so, dass diese Affiliate-Links super interessant sind. Also da ist es schon wahrscheinlich sehr verlockend, so etwas anzunehmen. Also ich meine, du hast ja auch da gesehen, was da teilweise vielleicht gezahlt wird. Das ist dann schon irgendwo vielleicht verlockend, da irgendwie diese Links zu verwenden. Ja, es mag verlockend sein, aber es kommt ja immer auch auf den persönlichen Charakter drauf an. Und mir war das zum Beispiel immer wichtig, dass ich da auch trenne. Ich habe zum Beispiel im Podcast immer gesagt, ich mache da wirklich nur ganz, ganz ausgewählte Finanzkooperationen. Die meisten habe ich alle abgelehnt und da waren auch sehr, sehr lukrative Sachen dabei. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte diese Verantwortung dann auch nicht in meinem Podcast haben, auch nicht als Werbung, sondern ich muss da immer dahinter stehen. Und auch da habe ich alles selber ausprobiert und geguckt, wie es funktioniert. Und ganz ehrlich, also mit den Affiliate-Links für Banken, Broker und so, da verdient es heute auch nichts mehr. Da würde ich dann auch die Kirche im Dorf lassen. Sind die goldenen Zeiten ein bisschen vorbei vielleicht, weil es schon so viele mittlerweile gibt. Aber es ist halt eine Vertrauenssache und deswegen ein Vertrauen kann man sich als Finfluencer schon aufbauen. Und wenn man das Vertrauen eben hat, kann man natürlich auch leicht seiner Community da irgendwas näher bringen. Dann bist du aber auch kein gefestigter Charakter, meiner Meinung nach. Okay, also wähle deinen Finfluencer gut aus, sodass er eben einen guten Charakter hat. Das ist auch schwer vielleicht immer dann. Es ist schwer. Von Anfang das zu wissen, aber da immer kritisch bleiben. Mehr kann man da auch nicht sagen, dass man einfach immer wieder kritisch hinterfragen sollte. Ja, natürlich musst du das machen. Und ich meine, ich mache das jetzt seit über acht Jahren und ich bin mir immer selber treu geblieben und habe mich jetzt halt auch nicht komplett geändert. Und da ist natürlich klar, dann entsteht ein gewisses Vertrauen und dann muss ich eben auch aufpassen, was ich dann für Artikel veröffentliche. Und ich mache zum Beispiel auch null Anzeigenartikel, diese sogenannten Advertoils. Da habe ich immer sofort abgelehnt. Das wäre natürlich auch lukrativ gewesen, aber nein, wollte ich nicht. Und du musst halt tatsächlich auch bedenken, wenn du komplett ohne Affiliate-Links arbeitest, dann verdienst du halt nur noch selten Geld. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, okay. Das ist das Problem mit dem Interessenskonflikt. Hast du ja bei YouTube auch. Also wenn du jetzt einen YouTube-Kanal hast und du hast Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung, wie es ganz viele machen. Du hast die YouTube-Werbung und bei der YouTube-Werbung hast du ja keinen großen Einfluss, was da angezeigt wird. Absolut, genau. Und da kommen nur Abzockescheiße. Nur. Gerade im Finanzbereich. Das stimmt. Das wäre aber zumindest jetzt was, das ist zwar auch nachteilig, aber es beeinflusst mich direkt eben nicht. Also die Monetarisierung über YouTube beeinflusst mich direkt nicht. Allerdings kann ich nicht beeinflussen, welche Werbung da geschaltet wird und die ist teilweise wirklich dann, also ich habe ja jetzt YouTube-Premium, ich sehe die Werbung gar nicht. Von daher habe ich mir aber schon oft mal angeguckt, indem ich eben das ausschalte, dieses Premium und dann mal gucke, was da so für Werbung läuft und war da auch teilweise schockiert. Ja, kann man nur hoffen, dass man in Sachen Finanzbildung da weiterkommt in Deutschland. Da ist ja noch einiges zu tun, dass da dann eben möglichst wenig Schaden entsteht aufgrund von dieser. Absolut. Aber es scheint ja wirklich immer noch super zu laufen mit der Werbung. Also es muss ja noch immer genug geben, die da drauf reinfallen, leider Gottes. Du hast ein Newsletter geschrieben, also ich kann sowieso deine Newsletter sehr empfehlen. Ich werde auch den Link, um den zu abonnieren, auf jeden Fall bei mir noch unten reinschreiben. Aber da gab es einen Newsletter, der ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein bisschen aufgefallen. Ich habe erst ganz entspannt gelesen und dann gemerkt, okay, der ist irgendwie anders, der Newsletter. Da hast du dir aus meiner Sicht mal richtig Luft gemacht. Und leider kann man, glaube ich, diesen Newsletter nicht nochmal irgendwie verlinken. Den muss man einfach bekommen haben. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem Newsletter einen Satz. Seitdem ich letztes Jahr ein mit Druck vorgetragenes Angebot aus Dubai bekam, kotze ich immer im Dreieck, wenn ich den Begriff Content Creator oder Business Coach aus Dubai höre. Was meinst du denn damit eigentlich, mit diesem Satz? Also das bezog sich tatsächlich nicht auf das Finanzthema, sondern mir wollte letztes Jahr ein Typ ein Angebot für einen Finanzkurs machen, für sehr viel Geld. Das heißt, er wollte für mich einen Finanzkurs erstellen, den ich dann über meinen Newsletter beispielsweise vermarkte. Mit dir als Dozent oder was? Richtig, genau. So, und dafür wollte er halt eine gute fünfstellige Summe haben. Und das habe ich abgelehnt, weil das einfach nichts für mich ist. Und ich habe auch keinen Bock, da so einen Kurs rauszubringen. Und dann hat er gesagt, er möchte jetzt aber nochmal mit mir sprechen, um mir die Vorurteile nochmal zu erklären. Und dann war das, wie in der Bank ja damals, da war da noch ein weiterer Typ aus Dubai dabei. Und der hat mich ganz schlimm Druck betankt, so mit diesen typischen Strucki-Methoden. Ja, tot gequatscht und der saß in irgendeinem Hochhaus in Dubai, hat dann auch die Kamera gedreht und alles ganz toll, fährt den geilsten Wagen. Und eine Stunde mit ihm kostet ein paar tausend Euro. Und der hat mir dann eben gesagt, dass ich meine Chance im Leben ergreifen sollte, weil andere Finfluencer sind ja viel erfolgreicher, verdienen da viel mehr Geld. Und ob ich das nicht auch machen wollte. Und das sind ja natürlich super Strucki-Methoden. Und das sieht man natürlich auch, wenn du ein bisschen Erfahrung hast. Und ich solle doch mal investieren und das wäre ja die super Lösung. Und er hat das damals auch gemacht. Und jetzt sitzt er hier in dem Büroturm und die Leute zahlen ihm eben diese vierstelligen Stundenlöhne, um sein Wissen zu bekommen. Und ich fand das so unangenehm. Also ich musste fast kotzen, als ich dann da saß und ich war völlig perplex danach. Und ich muss es wirklich auch so deutlich sagen. Und mich hat es so frappierend an diese Strukturvertriebe und auf den Bankverkauf erinnert. Aber du warst da nicht anfällig. Nur eben auf einem ganz anderen Niveau. Du warst da nicht anfällig für dieses Locken mit Reichtum vielleicht. Aber andere sind es eventuell. Ja, natürlich. Und genau das ist das Problem. Und deswegen kann ich auch nur davor warnen, irgendwas mit diesen Verkaufstrainern aus Dubai zu machen. Und da ist eine Blase entstanden, die ist ganz schlimm. Und wenn man das halt nicht differenzieren kann, was das für Leute sind und man fällt da drauf rein, weil man schnell reich werden will, dann ist es der erste Schritt zum Untergang. Und ich finde es extrem wichtig, davor dann auch zu warnen, weil mittlerweile ganz viele nach Dubai gezogen sind, machen einen auf dicke Hose, fahren dicke Autos, wohnen im geilen Penthouse, zahlen keine Steuern in Deutschland und sind teilweise rechtlich auch nicht belangbar. Wenn sie den Leuten irgendwelche Scheiße verkaufen oder sie anderweitig abzocken. Aber wollen unser versteuertes Geld haben, ne? Richtig, genau. Und das ist halt die Problematik. Ja, aber die wollten ja jetzt konkret dich als Finfluencer gewinnen, ne? Das heißt, es könnte ja sein, dass auch andere vielleicht von denen mal angesprochen worden sind. Das kann sein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, man sollte zu sich selber stehen und ein eigenes Gewissen haben. Wenn man das nicht macht, dann wandert man halt genau in diese komische Szene rein. Jetzt gibt es ja Kanäle, die auch schon lange am Start sind, die sich aber auch jetzt in der letzten Zeit stark verändert haben. Ich meine, Namen können wir nennen, müssen wir aber jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht wissen auch viele, wie wir mal meinen. Ist das ein Beispiel für jemand, der vielleicht da mal angesprochen worden ist von einer anderen dritten Person, Drittpartei, die dann Einfluss nimmt auf den Kanal und praktisch die bestehende Community auch nutzt, um da einen neuen Schwung reinzubringen, also eine neue Richtung einzuschlagen? Also Stichwort Angstmacherkanäle. Ja, also das hängt damit dann auch immer so ein bisschen zusammen, weil du kommst ja nicht allein auf irgendwelche Ideen jetzt für diese 180-Grad-Wendung. Und da musst du dann halt schon irgendwas haben, mit dem du dann gelockt wirst. Und ich habe ja schon gesagt, so mit Affiliate-Einnahmen wird man jetzt auch nicht mehr reich. Und wenn da das Geld dann nicht mehr so fließt, dann muss man halt andere Sachen machen. Ich habe halt gesagt, ich höre dann auf, mache was anderes. Aber andere haben gesagt, sie wollen das weitermachen und dann müssen sie halt gucken, wo das Geld herkommt. Und gerade bei der YouTube-Werbung kannst du über den Algorithmus halt sehr viel Geld verdienen. Und es gibt einen Kanal, eben auch aus dieser Angstmacher-Szene, der hat in einem Video erklärt, dass er an einem Tag mit solchen Schwurbler-Videos zweieinhalbtausend Euro verdient hat. Und das sorgt natürlich dafür, dass man dann hellhörig wird und das vielleicht auch selber ausprobieren möchte. Und dann funktioniert es und dann macht man einfach damit weiter. Da ist halt die Frage, ist einem dann das Geld wichtiger wie vielleicht der eigene Anspruch oder was man eigentlich grundsätzlich mal machen wollte mit dem Kanal. Verkauft sich da so mehr oder weniger. Meinst du, das ist rein wirtschaftlich getrieben oder gibt es da auch vielleicht, könnte ja auch sein, dass es Tendenzen sind, da irgendwie auch in die Gesellschaft da mit einzuwirken mit den Videos? Keine Ahnung. Also da habe ich mit den betreffenden Leuten auch nicht gesprochen. Und ich weiß es nicht und ich möchte auch nicht mutmaßen. Aber es ist natürlich dann schon so ein bisschen schwierig, gerade wenn man dann auch wieder komplett andere Themen dann in den Vordergrund stellt, wo man vorher komplett dagegen war. Also bestes Beispiel ist, wenn man jahrelang geschrieben hat, Die Linke und Sarah Wagenknecht sind furchtbar, weil sie die Aktionäre dann mehr oder weniger ausrauben wollen. Und dann hinterher wird man dann dazu verführt zu sagen, ja Sarah Wagenknecht ist ein Opfer und sie will hier mundtot gemacht werden. Und alleine so ein Widerspruch in sich, ja, da fasse ich mir doch als Zuschauer an den Kopf und überlege mal, wie kommst du zu dieser Sinneswandlung, ja? Ja, du schreibst hier auch von einem großen Finanzkanal, der in kurzer Zeit von 500.000 Views auf über 3,1 Millionen Views gekommen ist. Also schon ein Riesensprung. Da schreibst du, ich zitiere, das passt dann auch perfekt zu den neuen Videothemen, wie öffentlicher Rundfunk manipuliert, die Grünen wollen Autos verbieten oder Pfizer fuscht und manipuliert. Diese Headlines ziehen einfach mehr als irgendwelche Aktienanalysen. Ja, ist tatsächlich so. Also wenn du Angst über die Thumbnails verbreitest, dann erzeugst du einen Klickreiz. Und durch diesen Klickreiz erkennt der YouTube-Algorithmus, oh, das ist ein wichtiges Video, wir spielen es weiter aus. Und wenn ich jetzt mit meinen Aktienanalysen komme, ja, habe ich erst vor zwei Wochen ein neues Video veröffentlicht. Ich meine, ich habe jetzt auch über 10.000 Abonnenten, ja, aber nur ein Bruchteil von denen bekommt dieses Video angezeigt. Und gerade wenn keine Kommentare geschrieben werden oder wenige Likes da sind, dann wird es nicht ausgespielt und dann versickert das. Das heißt, du musst diese Aufmerksamkeit erzeugen, damit die Leute klicken, damit der Algorithmus funktioniert und damit du Geld verdienst. Das sind die Spielregeln bei YouTube, ne? Das kann man auch kritisieren, weil... Du kennst es ja selber. Ich kenne es, genau. Man wird ja gezwungen regelrecht dazu, irgendwo so an die Grenze zu gehen von dem, was vielleicht noch akzeptabel ist, um halt letztlich Reichweite... Jeder will ja ein bisschen Reichweite haben. Man macht es ja nicht für sich selbst, ne? Und ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal gedacht, YouTube ist auch so ein bisschen wie so Tiefseetauchen teilweise, ne? Weil was an der Oberfläche so schwimmt, das kennt irgendwie jeder. Aber es gibt doch so viel mehr, wenn man in die Tiefe geht. Aber das kriegt man nicht so zugespielt. Da muss man wirklich gezielt danach suchen. Ich habe auch vor kurzem noch was ganz Spannendes gefunden, wo ich gedacht habe, wieso habe ich das noch nie vorher wahrgenommen? Weil man eben da irgendwo ausgeliefert ist, wie eben YouTube da einem versorgt mit interessanten Filmen. Das ist halt schade. Und vor allen Dingen intransparent, was ich ja grundsätzlich nie so will. Intransparent. Aber hier ist es leider so. Es ist leider so. Ja, aber das Spannende ist ja, jetzt war ja vor zwei Wochen hier die OMR in Hamburg. Und ich war jetzt nicht da am Start, aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Und da gab es hier diese State of the German Internet. Das ist so die große Rede immer von dem Philipp Westermeyer. Und diesmal war sein Kollege mit dabei. Und er hat gesagt, du musst jetzt gerade bei TikTok, wenn du da irgendwas bewerben willst, hast du nur 0,4 Sekunden Zeit, um die Leute zu überzeugen, damit nicht weiter geswiped wird. So, und das ist bei YouTube ja ähnlich. Du hast da dann die Liste mit den ganzen Thumbnails. Und wenn du nicht aufhältst, dann klickt keiner da drauf. So, und das ist jetzt, ja, das neue Geld. Aufmerksamkeit in schneller zu generieren. Ja, das Problem ist ja auch dann im Prinzip eine längerfristige Aufmerksamkeit. Also wir reden ja jetzt auch schon wieder etwas länger. Ich meine, das wird auf jeden Fall auch als Podcast erscheinen. Ich glaube, im Podcast, da hören sich die Leute auch längere Dinge an. Und bei YouTube das Problem, man hat ja sofort auf der rechten Seite, die rechte Spalte, ja sofort schon wieder Ideen. Ja, wo könnte man denn weitergucken jetzt? Das heißt, man guckt hier kurz rein und dann klickt man direkt auf das Nächste. Das führt ja nie dazu, dass man irgendwas längerfristig konzentriert sich mal anschaut. Aber genau das wäre halt notwendig, um auch mal Dinge wirklich zu verstehen. Das ist wohl ein Problem der heutigen Zeit. Was soll man tun? Man kann nur so einen Mittelweg irgendwie finden für sich. Ja. Okay, nee, da würde ich sagen, ich würde ganz gerne mal noch so ein paar Fragen Fragen jetzt aus meiner Community, wenn sie auch klein und fein ist, gerne noch jetzt aufbringen. Und zwar eine Leserin schreibt, du beendest ja dein Engagement in P2P bei Mintos und Estate Guru, schreibt sie, bin mir selber nicht sicher, ob das so ist. Aber man könnte immer noch eben diese Affiliate-Links bei dir auf der Seite finden und das findet die nicht so konsequent. Was ist da jetzt deine Meinung dazu? Ja, ich muss dazu sagen, bei Mintos, da steht zwar Affiliate-Link, ist aber kein Affiliate-Link mehr, weil den haben sie irgendwann abgeschaltet gehabt. Ich habe die Artikel einfach nicht mehr aktualisiert. Sowohl Mintos, der ist von 2018, 19, ich weiß nicht mehr so ganz genau, bei Estate Guru habe ich ihn auch 2020, das letzte Mal, glaube ich, aktualisiert. Und das kostet halt bei ein paar hundert Artikeln einfach enorm viel Zeit, die immer zu aktualisieren. Und da fehlt mir einfach die Zeit. Und deswegen finde ich das schon konsequent, weil ansonsten müsste ich ja ständig irgendwelche Artikel dann immer anpassen. Klar, verstehe ich. Also es ist ja auch keine aktuelle Artikel, das sieht man ja auch, dass es dann eben nicht eine aktuelle Empfehlung ist. Da schreibt noch einer, was haltet ihr von den angeblichen und verschiedenen Finfluencer geäußerten Sorgen der totalen Kontrolle und Steuerung der Finanztransaktion im Wege, der Einführung einer digitalen Währung, sind wir ja wieder bei dem Thema, so ein bisschen Angst machen. Hast du da eine Meinung dazu? Ich meine, letztendlich ist das alles Prognose im Moment. Man weiß ja nichts Genaues. Nein, man weiß nichts Genaues. Und die Diskussion, die habe ich ja auch in der Vergangenheit immer wieder geführt. Wir hatten zum Beispiel bei Folge 100, bei der Finanzwiese rockt, hatten wir Professor Hartmut Walz zu Gast. Den hattest du ja auch neulich zu Gast. Da ging es um die Rolle von Geld. Und der Herr Walz ist ja auch ein Verfechter von Bargeld. Und er zahlt grundsätzlich immer nur Bar. Und bei mir ist das halt komplett anders. Ich zahle fast nur noch mit meiner Uhr beziehungsweise mit der Karte und habe selten Bargeld im Portemonnaie. Also sehr selten. Und von daher mache ich mir jetzt darüber auch gar keine Sorgen, weil ich habe da auch nichts zu verstecken. Und ich brauche da jetzt auch nicht Panik schieben, dass jeder meine Transaktionen überwachen kann, weil das kann sowieso jeder. Jeder kann sehen in den Banken, was für Transaktionen ich geführt habe und ausgeführt habe. Und das ist immer alles digital. Mit Bargeld eben nicht. Aber ich meine, wen juckt das? Also das ist tatsächlich bei den großen Summen kann es ein Problem werden. Also du musst ja jetzt alle 10.000 Euro Bargeld, Einzahlungen musst du ja melden. Und da musst du das ja auch nachweisen. Und das kann natürlich unter Umständen, wenn du ein Auto verkaufst oder so, kann es ein Problem werden. Aber ansonsten darüber hinaus, das sind doch in erster Linie dann Schwarzgeldtransaktionen, die dann davon betroffen sind. Also ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Okay. Naja, er will halt auch vor allen Dingen, dass das Bargeld erhalten bleibt. Ich sehe da auch so eine gewisse Tendenz, dass das so langsam, also nicht, dass es verboten wird, das glaube ich auch nicht, aber es wird eben an Bedeutung verlieren, sodass wir auch immer mehr alles digital bezahlen. Und dann kann man natürlich mit dem ganzen digitalen Bezahlen auch letztlich relativ gut jemand dann ein Profil anfertigen von demjenigen und ihm eben entsprechend Dinge halt verkaufen zum höheren Preis, eventuell, den du vielleicht so hättest bezahlen müssen, weil man einfach weiß, die Zahlungsbereitschaft ist bei dir in der und der Höhe für das und das Produkt, dann bekommst du auch genau diesen Preis. Das ist ein Nachteil, ein nachvollziehbarer Nachteil, warum das eben schon vielleicht so ein Problem werden könnte. Das ist richtig. Und wenn ich jetzt mal so gucke, ich hatte im letzten Monat das Problem, dass mir meine Bank, das ist eine große Online-Bank, hat mir 4,90 Euro abgezogen, obwohl ich bei der Cash Group abgehoben habe. Und ich habe dann da angerufen, habe nachgefragt, wieso muss ich jetzt da 4,90 Euro zahlen? Ja, wie oft haben sie denn abgehoben, wo ich gesagt habe? Drei- oder viermal. Ja, ab dem vierten Mal abheben kostet 4,90 Euro. Vielleicht war es früher mal mehr und dann haben die einfach das reduziert, so nach und nach. Ja, aber ich kann jetzt halt nur dreimal im Monat Geld abheben und das ist natürlich auch so eine Geschichte, die da reinspielt. Aber wie gesagt, ich zahle halt auch kaum mit Bargeld. Deswegen betrifft mich das jetzt einmal im Monat. Aber ansonsten ist es halt kein Problem für mich. Aber es gibt immer Punkte, wo man darüber diskutieren kann. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, ja, wie deine Meinung jetzt zu Themen-ETFs ist. Du hast ja da ein bisschen was gemacht mit Themen-ETFs. Gibt es da jetzt ein abschließendes Fazit von dir oder bist du da noch so hin und her gerissen? Also ein abschließendes Fazit kann es noch nicht geben, weil ich einfach jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich dabei mit diesem Themen-ETF-Portfolio und das ist breit gestreut mit unterschiedlichen Themen-ETFs und letztes Jahr war katastrophal von der Performance. Ich glaube, minus 23 Prozent oder so. Dieses Jahr ist das eine sehr gute Performance mit 13,5 Prozent im Plus. Also ist nach den Kryptowährungen so das beste Asset in meinem Portfolio. Aber eine abschließende Meinung kannst du nach zweieinhalb Jahren nicht ... Warum soll es denn auch per se falsch sein oder per se gut sein? Es ist ja im Prinzip die Entscheidung, dass man in einen ganz speziellen Bereich investieren will und dafür gibt es Themen-ETFs. Und wenn man eben richtig liegt mit der Vermutung, dass der Bereich gut läuft, ist auch der Themen-ETF eine gute Entscheidung. Besser vielleicht wie nur eine Aktie zu kaufen aus dem Bereich. Von daher, da gibt es wahrscheinlich keine endgültige Antwort auf die Frage. Nein, gibt es nicht. Und Hintergrund, warum ich dieses Themen-ETF-Portfolio hatte, ist ja ganz einfach nur, dass ich mit diesen Themen-ETFs halt Bereiche abdecke, die ich mit meinen Einzelaktien nicht abdecke. Und wo ich mir auch nie Einzelaktien dann ins Portfolio legen würde. Und deswegen habe ich eine kleine Tranche in dieses jeweilige Themen-ETF dann gesteckt, um einfach zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Bestes Beispiel ist hier das Thema Versorger. Versorger habe ich gar keine einzelne Aktie, sondern da habe ich eben so ein Themen-ETF. Und ja, ich bin nach wie vor auf der Suche nach der Lösung, ob das so ein gutes oder nicht. Ich hätte mit Einzelaktien mehr Geld verdient, als jetzt mit den Themen-ETFs. Aber ich wollte, wie eben auch schon gesagt, das halt mal ausprobieren. Ich habe darüber berichtet und habe halt auch glaskar gesagt, wie viel Geld ich damit verloren habe. Und da muss jeder halt selber entscheiden, ob das was für ihn oder sie ist. Also man kann ja, ich habe auch noch Fragen bekommen, wie dein Depot genau aussieht. Da wollen wir jetzt gar nicht länger drauf eingehen, weil es gibt da nämlich einen Film dazu, den ich auch verlinken kann. Ich glaube, von der Börse Stuttgart war das. Da bist du ja komplett transparent, legst komplett offen, wie du dann anlegst. Was mir nur aufgefallen ist, du bist ja schon eher so ein Einzelaktien-Investor. Also du hast ja da einen Großteil drin. Bei mir ist es genau umgekehrt. Weil du glaubst, dass das am Ende, also die Auswahl, die du dann selbst triffst, dann doch die bessere Wahl ist, wie ihr es so breit gestreut weltweit? Nein, das ist es nicht. Sondern es ist tatsächlich einfach so die Möglichkeit, dass ich mein Portfolio so aufstellen möchte, wie ich das für richtig halte. Und ich habe das nach Branchen ausgerichtet. Das heißt, ich habe eine von mir festgelegte Branchenaufteilung in meinem Portfolio. Und diese Branchenaufteilung, die habe ich mit den ETFs eben nicht. Sondern da habe ich halt diese Standardprodukte, da ist meistens immer dasselbe drin, bei diesen großen MSCI World, ACFI und so weiter. Und bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also meine größte Position im Portfolio, die ist dieses Jahr minus 26 Prozent im Minus. Und das hat das ganze Portfolio mit runtergerissen. Das ist ja diese große Drogeriekette, die aber jetzt viel breiter aufgestellt ist. Die haben ja einen Krankenversicherer gekauft mit Aetna 2018 und haben jetzt in diesem Jahr noch weitere Unternehmen gekauft und sind super breit aufgestellt, haben aber nicht so guten Ausblick geliefert und dadurch ist der Kurs nur noch runter. Ich bin zwar immer noch Gesamtfluss, aber das sind halt auch die Herausforderungen, die man hat. Das sieht man. Wenn jetzt Apple runtergeht, dann trifft das natürlich jeden MSCI World und jeden ACFI, weil das immer die Topposition ist. Aber eben dann immer noch begrenzter. Also trotzdem wird es dann sich stärker auswirken. Aber man merkt ja schon, dass du auch dann die Zeit hier gerne nimmst, vor allen Dingen auch dich mit den Einzelwerten zu beschäftigen, was man ja auch dann tun müsste, gerade wenn man in etwas kleinere Werte noch investiert. Da muss man auch immer wieder jedes Quartal auch nochmal genau hinschauen, was da so gelaufen ist und wie der Ausblick aussieht. Und naja, wenn der Ausblick eben plötzlich schlechter aussieht, wird sich das entsprechend auswirken und mit der Schwankung zurecht zu kommen, ob das jedem so liegt, das ist die große Frage. Aber du hast ja da jetzt genug Erfahrung auch gesammelt und das scheint dann... Ja, aber bei mir hat es ja auch acht Jahre gedauert, bis ich mit meinem Portfolio zufrieden war, und ich ständig hin- und hergechailt habe. Das ist das Ergebnis dieser achtjährigen Erfahrung, dass du im Moment eben so aufgestellt bist und damit auch ganz gut fährst. Und ich habe auch in der Recherche gesehen, gibt da auch ein Wikifolio von dem Finanzrocker Daniel Kort. Und was soll ich sagen, das läuft gar nicht mal so schlecht. Da kann man ja so eine Analyse, ich blende es hier mal kurz auch ein, da kann man einen Vergleich machen mit einer Benchmark. Ich habe jetzt hier den DAX genommen und einen Zeitraum von immerhin acht Jahren. Und da hast du den DAX mal ganz klar outperformed. Also das wäre ja fast schon eine Idee, einen eigenen Fonds aufzulegen, den Finanzrocker-Fonds. Naja, gut, das ist jetzt ein Wikifolio. Das habe ich 2014 gestartet und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das habe ich dann 2016 oder 2017 mal veröffentlicht, aber nicht investierbar gemacht und habe dann das immer laufen lassen, habe das dann noch mal ein bisschen angepasst, 2019, 2020. Und das enthält nur, also mittlerweile nur Aktien, die auch in meinem Portfolio enthalten sind. Da sind dann aber nur 10, 11, 12 Aktien aus meinem Portfolio enthalten. Es ist komprimierter als mein eigenes. Und ich wollte einfach mal zeigen, wie das so aussieht, wenn ich in Einzelaktien investiere, warum ich das mache, warum ich jetzt in die jeweiligen Aktien investiere und wie die Performance aussieht. Und ich glaube, das spricht für sich. Aber auch da will ich mich jetzt nicht mit bereichern. Und ich habe auch gar keine Lust, das jetzt noch jeden Tag dann zu monitoren. Und das musst du aber machen, wenn du das auf Investierbar stellst, sondern das ist einfach nur so ein Benchmark-Ding. Aber du pflegst das gar nicht mehr so aktiv jetzt, dieses Wikifolio? Okay. Ich habe auch gar nicht mehr die Zeit dafür. Ich muss mich um mein eigenes Portfolio kümmern und das verschlingt schon genug Zeit. Dann würde ich sagen, wir biegen mal jetzt in die Schlussrunde ein. Da habe ich auch noch ein paar spannende Fragen für dich. Also vielleicht erst mal so eine Buchempfehlung, die du vielleicht jetzt für einen Anfänger geben kannst, aber auch eine Buchempfehlung für den etwas Fortgeschrittenen. Was hättest du denn da auf Lager? Außer deinen eigenen Büchern natürlich. Also für Anfänger, da gibt es ja immer ganz viele. Eins der wichtigsten zum Thema Money Mindset ist für mich Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Auch wenn er selbst ein Verkäufer von heißer Luft ist. Das muss man dazu sagen. Mittlerweile auf jeden Fall. Ja, ist ja so ein Network-Marketing-Guru und Network-Marketing, das ist halt auch wieder so ein bisschen anrüchig. Aber man muss halt sagen, diese Geschichte, die brennt sich ins Gehirn. Sie zeigt anschaulich nämlich die Unterschiede zwischen arm und reich und was man machen muss, um reich zu bleiben und was man machen muss, um immer arm zu bleiben. Und das fand ich persönlich super. Das fand ich sehr einschneidend beim Lesen. Du hast es auch gelesen, oder? Ich fand es auch sehr gut und beeindruckend. Ja, von daher, das ist vielleicht für das Mindset ja auch schon mal eine wichtige Grundlage, um überhaupt da in dieses Thema dann mehr einzusteigen. und ansonsten souverän investieren mit Indexfonds und ETS von Dr. Gerd Kommer ist natürlich so das Paradebuch. Für den Fortgeschritten jetzt oder für den Anfänger? Für den Anfänger. Also da gibt es ja auch eine Anfängervariante. So, und da würde ich auch mit der Anfängervariante anfangen, weil das ist schon sehr komplex. Fand ich auch. Das normale Buch gibt es jetzt auch für den Ruheständler. Also es gibt ja drei Varianten jetzt. Aber es gibt es auch für Anfänger, das würde ich dann empfehlen. Und natürlich, also mein persönliches Einstiegsbuch in die aktive Geldanlage war ja Entspannt reich werden von Susanne Levermann. Der entspannte Weg zum Reichtum. Genau, das ist. Und da lernt man halt tatsächlich, wie so ein Unternehmen funktioniert und wie Aktien funktionieren und wie die Kennzahlen aufgebaut sind. Und das fand ich super hilfreich zum Einstieg. Und für Fortgeschrittene, da würde ich dann so ein Buch wie Nikolaus Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzeichen, Kennzahlenanalyse empfehlen. Für die, die auch vielleicht mehr so in Einzelaktien auch mal gehen wollen. Richtig, richtig. Aber ich habe tatsächlich noch einen Bonus. Ja, ich habe mit. Das habe ich jetzt auch mal rausgesucht. Das ist das hier, das Tor zum Erfolg von Alex Bannerjahn. Das ist eine völlig abstruse Geschichte von einem Studenten, der reich werden wollte und erfolgreich. Und der hat sich dann angeguckt, wie die Reichen und Berühmten das gemacht haben. Unter anderem Bill Gates und Steve Forsnyak und ist dann noch da Lady Gaga, Tim Ferriss. Und diese Geschichte, die ist einfach so einmalig und ähnlich wie bei Kiyosaki auch, denke ich, das ist eine gewisse Parade. Ist einer dabei, der mit Trading in Reich geworden ist? Nee, ne? Nee, das sind tatsächlich nur wirklich Leute. Larry King ist noch dabei. Also da ist kein Trader dabei. Nee, war auch nur so, weil ja immer damit geworben wird, wie wird man reich mit dem Trading, mit dem Trading-Kurs von dem und dem. Tatsächlich sieht die Realität anders aus. Das finde ich spannend, so ein Buch, wo man sich dann an anderen mal orientieren kann, wie die das halt gemacht haben. Also gute Empfehlung, also auch für mich persönlich jetzt nochmal, da gucke ich mal gerne mal rein, was das für ein Buch ist. Vielen Dank. Ja. Jetzt habe ich noch so ein paar, also nicht nur ein Gedankenexperiment, sogar mehrere für dich. Und zwar eines ist jetzt, du kriegst die 100.000 Euro jetzt geschenkt von einer Fee, schenkt er die, aber du darfst sie eben jetzt 10 Jahre nicht angreifen, diese 100.000. Darfst sie irgendwo investieren, aber nicht in Fonds. Nur in ein einziges, in eine einzige Anlage, aber nicht in Fonds. Das wäre jetzt so einfach. Wie würdest du diese 100.000 da jetzt irgendwo parken, dass sie das möglichst erhalten bleiben? Das heißt, ETFs sind dann auch Fonds, ja? Klar. Klar. Okay. Also dann würde es ja tatsächlich auch auf einer Aktie hinauslaufen und das wäre mir persönlich zu riskant. Du musst ja. Du musst ja irgendwas tun. Sonst kriegst du gar kein Geld. Doch. Mittlerweile kriegst du auf dem Tageskreis auch Zinsen. Die Fee gibt dir ja nur das Geld, wenn du ihr was anbietest jetzt. Ach so. Das ist die Bedingung. Ja, ich würde es schwierig finden, da nur eine Aktie auszuwählen. Also es gibt natürlich so ein paar Favoriten. Apple wäre es nicht, weil die sind schon sehr ambitioniert bewertet und ich weiß nicht, was in zehn Jahren mit dem iPhone und den sonstigen Geschichten ist. Das ist es. Zehn Jahre ist noch eine ganze Dekade. Ja. Und von daher, da musst du dann schauen, was für ein Geschäftsmodell gibt es in zehn Jahren noch und wächst auch anständig. Puh, das würde mir extrem schwer. Kannst du auch das Staatsanleihen nehmen. Ja, und dann hast du sowas wie mit den USA, wo du dann erstmal die Schuldengrenze dann abklären musst und das wäre ja dann auch schwierig. Gold? Keine Ahnung. Gold auch nicht? Ja, also ich glaube, Gold wäre eine Geschichte, das würde ich denn eher machen als eine einzelne Aktie. Okay, gut. Dann kriegst du das in, jetzt die 100.000 von der Fee in Gold und dann, das ist in zehn Jahren dann auf jeden Fall noch was wert. Wie viel muss man da eben auch schauen. Würde ich sagen. Ja. Ja, dann vielleicht so eine Zeitreise an den Anfang deiner Podcast-Karriere. Das war 2015, glaube ich noch, oder 2014, 15. Ja. Ja, was würdest du mit deinem heutigen Wissen da jetzt anders machen zum Start hin oder war alles soweit perfekt? Ja, ich muss sagen, ich bin damals ja total unbedarft da rangegangen und habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und gute Voraussetzungen. Die Texte, die waren schon sehr flapsig und so schreibe ich heute nicht mehr, so würde ich es auch heute nicht mehr machen mit der Reichweite. Aber damals fand ich das einfach cool und das kam auch sehr gut an am Anfang. Aber wenn ich mir jetzt so die alten Folgen anhöre, mein technisches Wissen war rudimentär. Ich habe so ein Logitech-Headset genommen und man hört meinen Schmatzen und da musst du echt höllisch aufpassen. Und das sind so Sachen, die ich gelernt habe und ich würde die alle technisch nochmal neu aufnehmen und dann in der Klangqualität von heute bringen. Das wäre das Einzige, was ich ändern würde. Vom Inhalt nicht. Okay, super. Also ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch mal so eine alte Folge von dir nochmal vorgekramt. Und da hört man direkt den Unterschied dann halt, so im Vergleich jetzt. Das ist aber gut. Ich meine, das ist ganz normal. Bei mir ist es genauso. Ich habe auch im Prinzip immer so Schritt für Schritt was gelernt und irgendwie total am Murks mal produziert und dann lernt man halt was draus. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ja, gibt es da noch irgendwelche Gäste, die du jetzt, oder wenn du jetzt einen Wund frei hättest, welchen Gast würdest du gerne bei dir begrüßen können in nächster Zeit? Ich habe die Feststellung gemacht, dass die besten Gäste sind die, die man nicht kennt. Weil die eine Geschichte zu erzählen haben, die du nicht in jedem zweiten Podcast schon hörst. Und das sind Leute, die du durch Zufall kennst. Und das sind auch die erfolgreichsten und besten Finanzrock-Erfolgen, muss man ganz klar so sagen. Wie findest du die? Durch Zufall. Egal wo. Entweder haben sie mich selber angeschrieben oder ich habe die irgendwo kennengelernt. Also meine Lieblingsgeschichte ist immer die, ich saß auf einer Konferenz in Tallinn, abends beim Abendessen neben so einem Typen, habe ich ihn gefragt, was machst du so? Und dann meinte er, ja, er ist YouTuber. Ich sage, was machst du denn? Ja, ich bin Percussion-Fingerstyle-Gitarrist. Was ist das denn? Und dann spielt er auf der Akustegitarre sehr speziell Gitarre, also auf dem Griffbrett. Und es hört sich auch komplett anders an. Und der hat da so eine Gitarrenschule entwickelt, online. Und hat einen YouTube-Kanal gehabt mit mehreren hunderttausend Abonnenten. Und hat damit sein Geld verdient und ist um die Welt gereist. Und den habe ich dann ins Interview geholt. Und ich fand diese Geschichte einfach super. Und das ist sehr super. Du hast ja zwei verschiedene Arten von Podcasts. Der eine ist da immer dieser starke Finanzbezug drin. Und bei dem anderen geht es ja eher so um Lebensgeschichten, habe ich so wahrgenommen. Und da kann man auf jeden Fall auch dir weiterhin folgen, weil da kommt ja auch weiterhin Content, eben in vielleicht unregelmäßigen Abständen. Aber es wird immer wieder was kommen. Und ich finde das auch total spannend, die normalen Leute, die vielleicht nicht so diesen Riesenfokus haben, aber die was zu erzählen haben, die dann vielleicht mal vor die Kamera oder vor das Mikro zu bekommen. Das ist ein großer Mehrwert. Also das finde ich sehr gut. Absolut. Und Memut zum Glück habe ich ja damals 2020 gemacht, weil Corona da halt alle Reisen praktisch zunichte gemacht hat. Und ich habe nur noch zu Hause rumgesessen und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gesagt, ich muss noch irgendwas machen. Und es wird mir einfach langweilig. Und dann habe ich Bücher gelesen über Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich gesagt, ich mache diesen Podcast. und den gibt es jetzt fast genau drei Jahre. Und die Interviews machen mir tatsächlich mehr Spaß als die Finanzinterviews. Aber so von der Followerzahl ist das natürlich deutlich kleiner. Das ist so ein Herzensprojekt. Schön. Du bist ja auch geschäftlich weiterhin unterwegs wahrscheinlich, oder? In Deutschland hier und da mal. Oder bist du eher immer? Ach, und so. Und so Messen und beispielsweise die Invest, ist das noch was für dich nächstes Jahr eventuell? Wollen wir uns mal sehen? Also wenn ich eingeladen werde, dann kann ich mir das überlegen. Dies Jahr hat es nicht gepasst, weil ich ja in der Probezeit noch war. Und ich schaue mal. Aber die Invest ist natürlich auch schwierig. Das weiß ich selber. Und die Blogger-Launch ist mittlerweile so groß. Und da sind über 20 Blogger. Und also ich hätte schon noch mal Lust, das noch mal zu machen. Einfach, weil da auch coole Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Aber mal schauen. Also bis nächstes Jahr ist ja noch Zeit. Okay. Also ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und tu mir den Gefallen und bleib weiterhin am Start. Unterstütze weiterhin die Finfluencer-Szene mit guter Qualität. Und ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche dir auch weiterhin alles Gute auf deinem Lebensweg. Und ich höre auch weiterhin eure oder deine Podcasts. Und ja, sage Dankeschön. Herzlichen Dank, Thomas. Sehr gerne. Und auch danke für die Einladung. Und es ist ja jetzt noch ein bisschen länger geworden und hat mir viel Spaß gemacht. Super, das freut mich. Dann macht's gut. Bis bald. Ciao.